Als ich dann, als ich dann Vio gewählt habe, dachte ich mir, ach scheiße, warum hast du nicht Badgin als erstes gewählt? Also ich hab Stefan geglaubt, weil... oh. Ach, ich hatte diesen Task. Ah, wenigstens das. Oh, jetzt hat er... es gibt einen Folgetask, ich könnte kotzen. Ah, es ist auf. ok player stand auch verdächtig lange in einem sehr kurzen task tatsächlich wäre ich dafür also das problem ist hinter mir noch angelaufen gekommen was du musst du denn machen weil bei medik war so und da lag blau in der ecke und ich bin gerade reingekommen war noch irgendwer hinter mir ist auch gerade angelaufen auf dem weg mich zu scannen ja und ich bin aber das ist mir auch noch weiß entgegen gekommen weißt du gerade unten bei communications und auch gerade entgegen also ich weiß nicht also das einzigste der stand war player und hinter mir bist du halt noch angekommen gelaufen genau da habe ich gedacht so jetzt kann es mir keine schule schieben weil irgendjemand hat gesehen dass ich auch gerade erst reingelaufen gekommen bin also es helfen kann ich auf jeden fall schon mal stefan weil wir hatten gerade zusammen das auf jeden fall gehabt und lennart der kam ja auch mit entgegen und was zu deren verteidigung sagt ich glaube das kann ich nicht das könnte wirklich sein dass weiß ich da irgendwie noch weggeschlichen hat oder irgendwas aber sei ein ehrenpfost da vote für dich selbst das war gerade übelst süße ich glaube das kann ich nicht aber ehrenimpost da jetzt auch noch sein kollegen wer ist der denn einfach mal den kollegen verraten genau wie sie dass ich mir das auch nicht merken kann aber wie komme ich nach da unten das mit mir rüber ich habe mich komplett verlaufen ach das ist doch nicht zu fassen da ist die task ich habe jetzt wirklich überhaupt nichts in der bau kein guter crewmate der letzte runde irgendwer wollte doch eigentlich den poster schützen wir waren das und hat gesagt von wegen weiß wäre noch da gewesen ich habe es schon ein bisschen verdächtig oder weil du sie ja dann halt dadurch dass du weiß ins spiel gebracht hast sie dann eigentlich entlasten wolltest als weitere möglichkeit eine möglichkeit und dann wirst du mir ja gerade gerade eben war mehr oben noch in hierbei laboratory bei medic und sowas in diesem raum und ich bin von dir weggelaufen dann ging halt die tür zu ich dachte gleich sterbe ich und dann war weiß noch mit dabei da dachte ich so vielleicht hat er mich deswegen nicht getötet weil dann weiß noch mit dem raum war ich fand es ein bisschen du bist auf jeden fall bei mir sass diese runde muss auch ein profi sein also der macht die ganze zeit die ganzen türen zu das kann auch der andere tote machen über das dann der poster kann das auch machen wenn er noch tot ist das geht für mich allerdings videos hast weil der bin ich entgegen gekommen ist wo ich die leiche gefunden habe und er hat mich wahrscheinlich deswegen gekillt weil noch cool dann hatte okay ja ich weiß noch nicht mal wo die leichte ja genau wo waren die leiche überhaupt die ist relativ mittig beim bei einer land bei der lernungsbrücke wo das raumschiff ist wobei mit jeder frage er doch wenden können von daher schwierig ja es ist halt blöd weil ja ich war ich in der nähe kann möglich sein aber ich kann mich halt gerade nicht verteidigen weil ich jetzt nichts dagegen sagen kann also wäre jetzt halt doof für mich aber so richtig ätzend riesig wäre so richtig genau 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 ja dann kann ich jetzt mal das war jetzt ja ich bin noch mal zurückgegangen bei jinn hat die gerade umgebracht ihr wart gerade auch noch da wir waren orange und orange war noch mit da und ich war ganz hinten links aber ihr habt die hand gemacht ihr seid ja dann quasi zurückgekommen ihr seid ja dann mir vorbeigekommen er hat mich ja wahrscheinlich noch gesehen also ich weiß und ich sind dann nach rechts direkt gegangen also für mich ist entweder das ist einfach weil ich auch sagen wenn ich auch da weiß es ist wahrscheinlich nur einer da ich würde ja auch wenn ich mir raus als verdächtiger und ja 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 sehr schön Sorry, das war ich so unlucky. Sehr, sehr gut. Fee, ich bin auch mal Strick zurückgegangen. Wolltest du mich einsperren? War es so, dass du mich wirklich einsperren? Wolltest du mich umbringen? Und dann war Weiß da und du hast es nicht gemacht? Bei mir jetzt? Ja. Nee. Ich habe immer noch das Problem. Ich habe noch bekommene Knöpfen. Ich muss wirklich teilweise mit der Maus immer noch suchen. Und auf Kill drücken. Also sonst hätte ich schon gedrückt. Also ich bin dann ab und zu völlig verwirrt noch. Du kannst auch mit Kuh killen. Mit Kuh? Ja. Eben, benutzen, Kuh, beziehungsweise in dem Fall dann so rotieren und so weiter. Ah, das ist klar. Siehst du? Das ist immer noch so ein bisschen tricky bei mir. Das habe ich noch mit dir hinbekommen. Und Chabulator ist die Karte. Ja, das habe ich hingekriegt. Das ist wie bei Diablo.